Was auch? Was auch? Ich wollte wieder drüber rennen. So fast so im Raum geschoben. Ja, das geht nicht. Es kommt ein drückter Feld nach oben raus. Und unten sammeln sich schon. Ja, aber jetzt gehts weiter. Jetzt kannst du auch nach oben schmacken. Jetzt kannst du... Jetzt kannst du wieder auf. Jetzt hast du in Stau. Mach weiter, komm. Überleb uns wieder. Siehst du, wir haben das Maximum erreicht. Die spawnen gar keine Kugeln. Ich hab doch gesagt, man kann das Maximum erreichen, wenn man das bestimmt vollkommen kann. Ich kann die Kugeln hier nicht durchholen. Hallo. Oh, ich komm hier oben lang. Geheimgang. Wie ich verstehe mich? Wie ich hier durchspringen soll? Ach, das eine Portal ist fest? oder wie Ja! Ah, jetzt bin ich hoch! Danke! Warte mal! Was steht denn hier? Guck mal, ich frag freundlich, wie ihr auf eure Namen gekommen seid und keiner fragt mich! Wie bist du auf deinen Namen gekommen? Zombie Head! Wir haben das doch bei der LOL-Aufnahme hier! Zombie Greeny Head! Ja, aber trotzdem, erzähl mal! Ja, es fing an bei Runescape! Da hieß ich, ja, Rob Zombie 894 Ah, okay! Da war 894, weil Rob Zombie schon weg war, hab ich einen vorgeschlagenen Vorschlag genommen Irgendwelche Zahl dahinter Und dann so, wolltest du einen neuen Namen nehmen, dann wolltest du irgendwas mit Metal Head haben Da hab ich so gedacht, nee, machst du Zombie Head raus Halt noch die 890 übernommen, hab ich gesagt, auf die 4 scheiße jetzt mal Ja, war's! Wie spektakuliert Aber wieso die Zahlenkombination? 804, ey! Das war ein vorgeschlagener Vorschlag, also so eine Zufallskombination, war auch schon wie schon weg war Ja, okay, ich hätte es erwartet, dass eine vielleicht so was gewesen wäre wie Ja gut, ich weiß ja wann du geboren bist, aber trotzdem so ein 4.89 oder so, was weiß ich 1989 oder so, was weiß ich 1989 hätte aber ich sein Ich bin nicht 89 geworden Ich weiß, ich hab doch gesagt gerade Ich weiß, aber das hätte halt sein können Sogar Komisch wäre das theoretisch nicht Ach du hast mal wieder Spaß mit der Spende Ja ja, ich hab die mit meinem Vorfahren mal runter geholt Dann holst du die ja gerne runter Dann holst du die ja gerne runter Dann holst du die ja gerne runter Wir beiden Ja, der mit seinen Händen Was findest du von mir? Ja Sammlergedicht Alter, stell mir vor Kannst du denn eine Spinde einen runter holen? Hm Ich kann gar nicht mir vorstellen, wenn ich ja, ich bin aber okay Den riesen Frostbespinnen bei Skyrim Bah, ich hab die gehasst Wieso? Ja, die waren schon nervig Ich glaub wir sollten die Aufnahme beenden Die Themen wären zu strange Ach wären sie zu strange Okay Wir können ja gerne noch das Level beenden Dann haben wir auch Wobei... Ich will noch 2 Stunden gerne Wir sind gerade bei 1,56 Wir sind gerade bei 1,56 Wir sind gerade bei 1,56 Machen das Level jetzt doch fertig Und hier ist noch ne Fiolo übrigens Ja du hast auch noch von den anderen Folgen Die noch nicht oben sind Auf 2 Stück Dann hast du deine 2 Stunden Ich hab noch Pech zu Hause Kannst du dich bei mir bedanken Wer will das schon trinken? Ich Ich Siehste? Ich nicht Hast du noch Meid bei dir zu Hause Ey Pech habe ich noch Von Ne Give an Ganz ziemlich volle Flasche Damit es wir dich geholfen Große Flasche sogar Wir werden Herrenpech sogar Üuuuu Große nicht, so wie die Kleine Ghiation Die kannst dann wieder auslullern Extra scharf Er ist noch so eine Schädigschurte drin in der Flasche Und wer möchte so nen Scheiß trinken? Wir? Ich? Und wer? Seid doch bescheuert. Ja, du mit deinen... Du mit deinen Frauen getränken. Ey, 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 ey. Was ist mit Ork? Ja, Ork ist noch schwuler, aber du bist schon nah dran. Ich bin nah dran. Ja, okay, Ork ist noch ein bisschen schwuler, dann gebe ich dir sogar recht. Das ist auch nicht schwer. Ich sag nur Vanilla Sky. Wenn wir einfach so... Boah, der schmeckt voll geil! Der hat ja auch geil geschmeckt, aber... Ist genau dasselbe, aber... Nee, den hatte Kai, nicht ich. Kai ist 5-4-4-Kai. Ja, okay, bei Kai kann man's... Naja, bleiben wir uns... Ja, aber 5-4-4-Kai, der darf das auch. 5-4-4-Kai, dann ist das legitim. Genau. Müssen wir jetzt hier reinspringen? Warum? Weil der Kai hinter uns guckt, aber... Also ist Hintergucken schwul? Ja. Eigentlich würde ich das unterstreichen, wenn du sagst, Animes gucken sei schwul. Nee, da... Kann man's darauf einigen? Damit verlierst du Abonnenten, wenn du das sagst. Das würde ich rausschleiden. Oh, das... Ja, okay, stimmt. Es gibt voll viele... Voll viele Zucker gucken irgendwie Animes. Ich hasse sie einfach nur über alles, ne. Ist aber wieder meine Meinung. Ist genauso wie mit dem Tart, aber... Okay, die Meinung bestreite ich dann wieder mit Animes und Scheiße, aber naja, das weißt du ja. Also wenn, also warte, warte, jetzt mach ich... Hallo, wir reden alle, ich rede. HALT STOP! Wir reden alle, ich rede. HALT STOP! Jetzt rede ich! HALT STOP! Na, la, 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 la! Nein! Nein, ja pechig! Vorsichtig, Kamera! Vielleicht wie zu häufig, oder? Dass du noch keine guten Animes geguckt hast? Das kann gut sein. Also warte, mal. Ich wollte jetzt gerade irgendwas sagen. Ach ja, genau. Jetzt kann ich den typischen YouTuber raushängen lassen. Wenn ihr meiner Meinung seid, dann würd ich sagen abonniert, favorisieren. Dann wirst du jetzt zig Abonnente verlieren. Ach, diese Standardsätze, die kennt doch jeder. Ja, die beiden, die Deiner Meinung seien. Was ist, wenn ich auf einmal zwei Abonnenten in dieser Folge dazukriegen würde? Ey, ich glaub, ich würd dich so auslachen, ich würd dich so auslachen. Dann nennst du deinen Kanal in Rob Manga-Hasser. Manga-Manga-Hasser? Manga-Hasser! Manga-Hasser! Das ist so wie Hasse-Hasse! Also diese fucking Portale regen mich so auf, ey! Hier hätten sie sich sparen können, die Arschlöcher, ey! Ich hab die Viola jetzt geholt, es gibt, glaub ich, hier nix mehr. Ne, ich seh grad nix mehr. Also, Rob der Manga-Nig-Nigel Rob der Manga-Hasser. Ich war's noch, letztes Mal zählte ich mir total. Hashtag Hashtag. Was? Hashtag Hashtag. Wo seid ihr hin? Der 15.1. ist der Hashtag Hashtag. Ich kann's nochmal wiederholen, ist der Hashtag Hashtag. Hallo, hier unten sind wir, du musst ja drauf springen. Ach, ich hab, ich hab gesehen, dass ihr da unten wart. Hallo, guck, guck. Ja, Clan. Reinko-Klux-Klan heißt das. Kann man lesen. Ja, hab ich auch schon gelesen. Kann man lesen. Wait. Kann man nicht lesen, ach doch. Happy Birthday Diamond, I love you. Isabel. Ist das die Hexe? Ohne Bilder. Wahrscheinlich. Oh, die ist aber hübsch. Gönn dir. Ja. Gönn dir die Böse. Wie bei Hentai und du redest die ganze Zeit davon? Es ist ne Zeischung und du bist die hübsch wie bei Hentai oder was? Das würde mir nie gehen. Jetzt hab ich deine Identität aufgedenkt. Das ist nur die Manga-Haser und die Hentai-Lieber. Die versuchen nur so von ihrem wahren Ich abzulegen. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, Zombie. Du hast dich jetzt selber reingreht. Das ist das Schlechtste, was du da gesagt hast. Das funktioniert glaub ich nicht, oder? Doch. Kann ich mir lassen. Ich bin nicht klar. Jetzt bist du ruhig. Jetzt kann ich ja so wie du sagen. In den letzten zwei Aufnahmen, wo du mich desto freutest. Ruhig. Das sagst du mir immer, wenn du findest. Ach, also stehst du da vielleicht doch nicht drüber wie ein Mann? Soll das immer einfach sein? Ich stehe über einen Mann. Wenn du einen hättest. Boah. Ist das auch echt. Junge. Ich wette dir, du hast so genau so eine Spalte laut wie deine Augen. Da kann ich aber nur drüber lachen. Du warst doch erst mit dem Geräusch. Ich glaub eher du hast eine Geräusch mit meiner Augen da. Boah ja, wiederholen geht nicht. Bei dir ist es nach innen gestülpt einfach nur. Boah. Ja das war einfach nur. Das war wo du mir in die Eier gefreht hast. Das heißt das war innen gespülen. Ja das heißt ich weißt zumindest wo ich hinziehen muss. Guck mal. Dann wäre deine Hand verschwunden wenn ich sowas wie du hätte. Ja da ist sie auch reingegangen. Mit Not musste ich sie wieder rausziehen. Mit Not musste ich sie wieder rausziehen. Ja genau. Ich glaub wir müssen wirklich die Erben haben. Alter Leute. Das ist grad so ein, so ein, so ein, so ein, ich sag mal Disbattle Light unter Freunden. Weil wir jetzt irgendwie nicht richtig fertig machen haben wir auch gleichzeitig irgendwie immer noch drüber lachen müssen. Was? Alle sterben gleich. Was? Wie? Was? Ich weiß noch nicht mal wie ich gestorben bin. Oh. Oh Karussell. Ich darf die Riesenräder alleine. Belebt uns erstmal wieder. Wo seid ihr denn? Wo ist denn das brutal? Rechts fehlen wir. Du siehst gar nichts oder? Und jetzt ist ich würde nichts sehen. Mit meinen Stützaugen. Der macht das so absichtlich. Wo ist das? Ist ehrlich. Rechts bei den Pilz. Junge du bist schon bei der Absicht. Du weißt nicht wo rechts ist. So wie du auf Hentai sagen willst. Du bist bei der Absicht. Du wirst wissen wo rechts ist. Ja du guckst Hentai. Also ich glaube wir beide. Wir ruhen auf Fakten. Deine sind. Wir ruhen nur auf irgendwelche komischen Vermutungen. Nee. Ich hab. Ich hab ne Spycam bei dir im Zimmer drinne. Warum guckst du mir da zu? War alter. Moah nee. Ich will doch nicht wissen was Niklas alles gemacht. Das will ich bei dir auch nicht wissen. Zumindest hab ich dich schon mal schlafen hinterlegt. Und woher liegt das wohl daran dass dein Stuhl weiß ist. Und früher schwarz. Der ist jetzt immer noch schwarz. Und außerdem ist hinten nur Staub dran. Dann hast du. Dann hast du. Ja. Und das würde dann auch mit deiner Spalten Theorie nicht passen. Wir springen uns an. Das stimmt Juga. So jetzt hab ich dich nach Watt gesetzt. Sei ruhig. Jetzt kannst du wieder sagen. Sei ruhig und dann ist die Sache gegessen. Sei ruhig. Okay. So jetzt müssen wir gucken. Wie kommen wir hier weiter raus. Da ist ein Hebel direkt neben dir. Da ist ein Hebel direkt neben dir. Den müssen wir drücken. Ich dachte der wär schon. Ihr seid echt beide verdammt blitz. Oh. Okay. Und wieder liegt's an mir. Ne ne. Ich geh jetzt. Ich geh nach links. Ich geh nach links. Das ist noch. Achso bis hin. Hey.